Ein Partner-Days haben wir ins Leben gerufen und vor allem draußen in der Region, genau dort wo unsere Systempartner auch zu Hause sind, sie mit Informationen zu versorgen, mit technischen Informationen, kaufmännischen Informationen, aber auch was alles rund um die Energiewende und die Mobilitätswende notwendig ist. Es ist total super, dass so viele da sind. Es wird sicher noch etwas länger werden, aber die Zeit nehmen wir uns, damit wir wirklich auch jeden Partner bei der Hand nehmen können, mit jedem Partner auf Augenhöhe sprechen können, um hier wirklich auch die gemeinsame Mehrwerte bis an den Kunden zu bringen. Also das heutige Event mit Neom war für uns eine tolle Veranstaltung. Wir haben sehr viel Neues erfahren, auch über die besonderen USPs von Neom. Das war super gut, es hat einen schönen Rundumblick gegeben, hat gezeigt, was Neom alles bietet, auch im Vergleich zur Konkurrenz und wir wissen jetzt einfach, wo Neom steht, wo das Alleinstellungsmerkmal ist, sehen uns persönlich selber als Installateur damit richtig aufgestellt für die Zukunft und auch unsere Kunden damit am besten beraten. Unsere Systempartner da draußen sind die verlängerte Werkbank zum Kunden, der günstigen, sauberen und sicheren Proben konsumieren möchte. Da geht es auch nicht um Installation, sondern auch um Service und Vertrauen. Darum setzen wir voll auf unsere Partner in der Region, hier in Deutschland und auch in Österreich und in der Schweiz.